Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege dieses mal dabei sind Dalu Maxi und der Sachse. Hallo. Grüßt euch. So. Ja. Ja. Ich bin eigentlich schon lieber wenn du öffnest. Danke. Nix, 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 nix freigeschalten. Schade. Dann. Und Firm. Nix freigeschaltet. Okay, den nehm ich. Aber auf der Waffe halt gehen bis hier. Das geht auch ohne. Einen Russland erziehen sie noch mit Kimme und Korn. Mhm. Das ist nicht eigentlich normal. Mook. Mal schauen. Ist schon überdrehen abgehalten. Mal löst. Lau. Und alle ab. Auf der Nächste ab. Ich hab keine Lust gegen uns zu spielen. Ja. Der eine hat ihn zu laden. Den Raum sicher. Und er ist ganz dünn rum. Wollen wir hier mal dicht. Die wubbeln draußen rum. Was ist das mit draußen? Ja, so vorm Rahmen. Ist eigentlich irgendein Trick über diese Pipa zu kommen? Ohne, dass er auslöst? Ja. Irgendwie drunter herkriegen. Keine Ahnung. Glaub ich das nicht. Glaub leider nicht. Verlaube auch nicht. Ist das eigentlich das Modell von dem Ding hier her, oder? Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Hab ich mir noch nie angeguckt? Oh nein. Ach du Vollidiot. Das hat doch gepasst. Wenn du da nicht reinspringen sagst du, oder? Richtig. Bis ganz, ob das so richtig platziert ist. Sieht ein bisschen zu weit links aus, ne? So Herrgott im Himmel. Aber dann... Wo wurde er jetzt erschossen? Direkt Headshot durch. Wahrscheinlich irgendeine Mauer. Ne, ich sehe das für seinen Todespunkten leider nicht. Stimmt. Ja, das wird trotzdem dran hindern. Auch grad sehr ruhig. Ach Gott. Ich hab aber immer so ein verficktes Glück in letzter Zeit. Ach lebs ey. Wir pumpen dann nochmal durch. Nichts weg. Geht aber noch. Wahnsinn. Ne, jetzt nicht mehr. Und nochmal die dritte Ladung durch. Ja, okay. LOL. Wie hat mich... LOL. Ja, ja, ja. Diese random Mase. Die ist abgenäht, die ist abgenäht. Hat der einen Wallhack? Sollte mich nicht wundern. Da hab ich dich gecheatet. Yo, yo, yo. Sag sie hinter dir. Der hat. Der hat. Der hat. Der hat mich grad durchs Fenster durch. Ja, ich war grad am laufen und er ballert durch das geschlossene Fenster. Da ballern die halt direkt einen an ey. Bei mir wird aufgeschweißt. Da war noch drin. Nicht mehr. Ja. Bei mir ist ein Schild. Oh Gott. Nein, Konrad. Alles gut. Hinter dir? Sagst du? Ja, ja. Oder am Fenster? Salter sind da runter. Ist das der Killer? Ach, dann ist er. Nicht irgendwie an Fenstern zeigen. Das müsste Glas sein. Ja, deswegen ja. Ich steh halt zwischen den zwei Fenstern. Ich glaube links. Ja, links ist der den Shuttle und den. Ja, lol. Kommt der durchs Fenster? Der ist. Der hängt am Fenster. Nicht zeigen. Der hat allerdings. Ich habe ihn tatsächlich gerade gesehen. Ja, aber ey. Keine Ahnung. Ich lag unter dem Schreibtisch so halb und konnte so einen minimalen Schlitz sehen. Hat er reingefallert. Also irgendwas ist nicht ganz genau bei denen. Das wäre wirklich das erste Mal, dass ich mir 100% sicher bin, dass einer cheatet. Also so oft wie du, die durch die geschlossenen Wände ganz nah bei uns rein gebadert haben. Das ist schon fast ein bisschen mysteriös gewesen. Man weiß es nicht. Vielleicht in der Verteidigung oder so. Aber so hatte ich bis jetzt immer noch das Gefühl, ja das kann ja möglich sein. Aber kurz nachdem du das gesagt hast, war das halt so geil, weil plötzlich flogen so zwei Schüssel links und rechts von mir um die Ohren. Durch das geschlossene Fenster. Ich bin durch den Fenster gegangen und der hat mich frei ab. Und er hat geballert. Zumal unser Mate wurde hier irgendwie auch getötet. Ja, da hoffe ich eigentlich mal, dass er weiter Glass spielt. Da ist gar nicht so gefährlich mit dem Wallhack. Ich glaube da gibt's Schlimmere. Könnte oben sein? Keine Ahnung. Oben oder unten? Da holst du uns. Ja oben. Über unserem Gebäude. Über unserem Raum, wo wir waren. Achja. Power. Genau. Also da wurde jedenfalls eben instemal eine Drohne weggemacht. Ey, wie war das jetzt eigentlich eben der da? Der Snowman ist das. Der hat aber nicht einkriegt. Oh nein, jetzt weißt du wo wir spawnen. Das ist jetzt eigentlich voll kacke. Ich weiß gar nicht, ob wir dann zum Haus wirklich kommen. Wenn er weiß, wo wir... Wenn das der Fall ist, ne? Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Oh, ich hab Angst. Ich hab die Drohne weg. Ist er da? Siehst du da raus? Das waren zwei, die sind in die Richtung. Also nach rechts weggegangen. Ja, das ist ein Fenster. Und die haben gerade durch das geschlossene Fenster unseren Mate, der an der Wand hing, direkt angeballert, als er davor hing. Ja, aber wie kommen wir jetzt rein, ey? Das wird nicht leicht, ey. Also ich will eigentlich lieber nicht an ihm ein Fenster hängen, weil dann... Unser Mate wird die ganze Zeit durch die Fenster nicht abgeballert. Ja, okay. Er hat uns aber aufgehauen. Ach so, okay. Du das sagst du ja. Bei mir ist denn ein Nate eigentlich runtergefallen, sagst du. Äh, die sollte so mehr oder weniger. Ich will ja nur die Fenster hier. Ja, wobei es ja eigentlich schlecht ist, ne Smoke. Er sieht uns hier am Zweifelsfall dann... ...trotzdem. Kann man sich sehr sicher sein halt, ne? Kommt eigentlich irgendwo im Dach rein, ne? Pass auf, dass es die Tür drin warf. Da hat er keine dicken Luke. Unser Tür ist reingegangen schon? Ja, der ist drin. Gut. Der ist ja weit drinnen, ja. Er tappt noch. Hier ist jemand drin, ey. Wundern, pass auf, links von dir. Ab in. Ne, lebt nur noch einer von denen. Ist im Raum. Ist im Raum hinten. Fuck. Schön, Maxim. Der Steiger. Da warst du gut drauf, Maxim. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, weil die hatten auch auf beiden Seiten Fenster offen direkt am Anfang. Es war halt nur komisch, dass bei uns da direkt zwei standen, ne? Ja, nein, aber er hat ja immer durch die Fenster geschossen. Es geht ja nicht darum, wenn es offen ist. Ach so, das... Aber in der Runde davor hat er mich durchs Fenster angeschossen, obwohl das noch zu war. Und Sachse halt, ja. Also das war schon... Mal schauen. Kann ja alles sein. Er ist... Keine Ahnung. Snowman.exe. Level 67. Ist jetzt an sich nicht hoch. Weißt du, wenn du dann doch viel spielst, geht er schon. Gerade wenn du, ich glaube, alle Singleplayer-Sachen machst, kriegst du ja auch viel EP. Ja, das stimmt. Halt mal gucken. Eine. Oh, der Runde hat den Tropo gemacht. Ich habe keine mehr. Classic. Ja, ja, ja. Gerät wurde aktiviert. Das Gerät ist vorbereitet. Nur noch 10 Sekunden. Neue Kameraübertragung läuft. Nur noch 5 Sekunden. Ich hab noch eine Drohne. Überhälter um jeden Preis. Können sie ja nicht trotzdem in die Beine schießen? Ah ne, du hast ein Schild. Nice. Du hast ein Schild, ja. Sie ist selbst aufgestellt. Fehlt einem von euch noch die Westen? Ich hab. Ja, mir. Okay. Hm. Ja, gut. Weißt du nicht. Er hat sich gezeigt. Ah so. Denke ich. Also, anders kann ich mir das grad nicht erklären, weil er muss sich gezeigt haben. Schön. Schön sagst du. Da ist ein Schild noch bei mir. Stehst du und in welche Richtung guckst du? Ich stehe in die Richtung. Ja, welche? Wo ist das? Ist das da in der Ausgang? Ach so, ne. Das hier hat sich der Ausgang. Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Wow. Ja, direkt hinterm Schild. Den klar ist. Den hab ich aber angeschossen. Oh Gott sei. Du müsstest ja eigentlich bekommen können. Warum war die Killcam jetzt vorbei, bevor ich erschossen wurde? Okay, Klaas hat sich... Ich hab den Snowman. Das ist der Tank gewesen. Also das Schild ist downed. Ich pass auf die Treppe auf. Da hinten ist immer noch Klaas. Ey, ich seh wenn die durch Treppen rechts weg. Ja super. Dann kann ich auch ein bisschen chillen hier. Ich hab noch Rapshills. Diffusen irgendwo. Über mir? Oh, Diffusen von oben? Ja. Ich hab dreckig selber. Das ist ja nur noch Glas. Das ist auch bei mir oben. Ist auch bei mir oben. Ich guck auf die Treppe. Hat noch 50% drin. Da ist noch eine Kamera bei der Treppe. Ja, ich seh die Treppe. Ich glaub ich seh das. Wenn er da runter kommt, sag ich's an. Hat eine Kamera zerschossen? Sag mir, wenn er unten im Gang ist, lieber. Ja, ich kann ja schon mal sagen, wenn ich ihn sehe, sag ich schon mal Treppe oder so. Ich denke, der schießt durch die Decke durch, oder? Also ich hör ihn halt schießen, ich weiß nicht von wo. Die Kamera weg? Ne, 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 alles gut. Würde ich schon ansagen. Ich hab ein bisschen das Gefühl, dass er... Von da kann er noch nicht kommen. Ich seh ja auch, die andere Seite seh ich ja auch, wenn er von da kommen will. Also wenn er durch die Tür hinter dir kommt. Toll. Okay. Ich hab ihn. Dann halt so. Hab ich mich extra weg positioniert. Ja, wir haben uns extra auf beide Seiten positioniert von der Treppe und dann hast du den. Hacker oder nicht? Wir haben es geschafft, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Mit dem WP. Mit dem MG. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Hau rein. Tschüss. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö